Hallo und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange. Ich muss was sagen und zwar wir mussten das Aufnahmeprogramm wechseln. Ihr seht es schon, wir sind hier drin. Die Folge eben, die ich habe gerade vorher noch eine aufgenommen. Das Aufnahmeprogramm hat man die ganze Zeit angezeigt, dass es ist, dass die Aufnahme läuft, aber ist nicht. Kurz zur Erklärung vom Spiel. Was passiert ist? Wir saßen hier, haben gegessen. Das ist übrigens klein. Wir saßen hier, in der Nasenblut. Ist das auch weg, okay. Wir saßen hier und haben nur über die Fähigkeit gequatscht. Geiles Setz, was gerade nichts gebracht hat. Ja, also wir saßen hier und haben Sachen vorhergesagt, damit wir das mehr klar überweisen. Jetzt gehen wir quasi zu dem Platz. Es ist Kate Marsh, von Blackwell. Es ist Kate Marsh, von Blackwell. Okay, Supergirl. Let's go to my secret place. Your stomach ist stark genug für Winter. Don't even answer. We have places to go and people to do. Come on, before Mom starts some more shit. Let's bail. Es Kate Marsh, von Blackwell. Big whoop. You don't call me once in five years and now you're all over some biatch you see every day at school? I see how you roll. So go ahead, chat up Kate Marsh from Blackwell. Ich habe auch andere Leute, die mit zu hangen. Oh shit. but I will take this sound. Ich liebe Chloe, die nicht auf der Texte. Later Mom. Bye Joyce. Freidem. Ich fühle mich schlecht über Kate. Sie wird sich nicht auf diese Eine call überwachsen. Jetzt folge ich, kleine Squier Max. Damit wir wirklich besser ranfam und die Welt regieren. Ich hoffe Kate nicht so lebe wenn ich nicht auf eine Antwort. Oh shit. Hinten weg, äh, Kloisse. Warte auf, Speedy! Dude, this is gonna be so cool! Slow down. Wait for me to get your present. You can just back time up. We'll have to test you now to make sure. Welcome to American Rust. My home away from hell. Raw and rough. It suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back, and she's also supersized. We don't know for how long. Exactly why it's time to have fun. David might be a douche, but you did steal his gun. Is everybody armed in Arcadia Bay now? Only the ones who shouldn't be. Like Step Dildo. Until now. I'm not in the revolution yet, Che. You are the revolution, Max. So we should figure out how to best use and abuse your power with a test. Drink? Yuck. You are so cute. You haven't changed a bit. Okay. Let's do this. Can you find five bottles while I prep the shooting range? Beer and guns? Nice combo. You can handle it. Now go find us five bottles. Ready, please? Thanks. So. Eh. Oh no joke. I have to say the previous video. I'm so hard. Oh no joke. This is a mega funny thing. I'm so confused. I'm so confused. No, I'm so confused. I will first here. Oh man, this is sick. This is gone. This is gone. This was cool. This was cool. Stupid bottle. Ah. Yeah, yeah. Stop. We need something to do. Okay. Hey. I don't know if I could do this before. So. I have to take it off. Oh no. Oh no. Hello bottle number one. Four more to go. Break time. Those shells look fresh. I have to find dirty ass bottles while you chill. Not fair. I have to prep the range cry baby. And I've been tripping hard about where you got this rewind power. From God. Or the gods. So bow. We can make the world bow. Are you ready for that? Oh yes. I'm not afraid of you. Once I figure out exactly how my power works. A god must doth know these things. Amen. And while you build an empire, I'm there to keep you on the path of badassness. And fun. Spin, rinse and repeat. I'm just altering time and space. Oh yeah, and history. No biggie. You already altered history by saving my life, smartass. Let's see what else you can do. Okay. Okay. Wer das ist in der Toilette gewesen? Im Two Whales Dinner. Ich war nämlich in der Folge, die fehlgeschlagen ist. Also die davor, die ich aufgenommen habe. War ich da drinnen. Ich habe mich eigentlich noch kurz umgeguckt. Oh weh, das war gut. Hunde, Knochen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich bemühe mich eigentlich schon echt, die Sachen zu finden. Ach, nicht hier. Ich wollte... Nein, hoch. Okay, okay. Ooh, was ist denn? So... trek, weg! G 200% Da ist so kräfer, was du nur disgust, äh! Oh! Boom! Only three bottles left. Although this junkyard is a dive, I see why Chloe hangs here. She's a steampunk. It actually feels like Chloe and I have kids again. We're hiding out and plotting our future. Despite all the chaos and bullshit, I feel so giddy hanging out with her again. So happy. Like we've both gone back in time. I feel so good with the sense of the power. I feel so good with the sense of the power. Really cool. But we're still on the floor. We can't get rid of the sense of the power. What's up again? Garen, whoopala. I'm sorry. You're wanting to watch another film. I feel wrong. Like the only film you did. You know, I've already played. I will do it all right now. Oh gross! So disturbing to see old syringes on the ground. All this rusted metal makes me feel serene. Am I morbid or just goth? Oh poor thing. They left you here all alone. Max will die spielte die ganze Zeit. Max will die spielte die ganze Zeit. Bis dahin so. Ich bin drauf eigentlich nicht mehr so. Oh, alles zu. Also nicht schön, aber wenn es halt ganz lieb und niedlich. Boom, motherfucker weiß, das ist mega witzig. Das ist mega witzig. Das ist mega witzig. Das ist mega witzig. Was ist das denn? Hand. Das ist 60 Jahre alt. Oh, hi. Okay, super witzig. Oh, sorry. Okay. I wonder how many generations of fashion went through that washing machine. Oh, come on. Three down, two more to go. Talk about finding a bottle in a haze then. I wonder if Chloe thinks about her father when she looks at all these smashed up cars. Wow, Sir. That looks exactly like the same doe from my tornado vision. What? Wow, 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 wow? What's that? Oh, wow, wow, wow. The door is the perfect photo-op. Who? Who the hell is that? Es ist so quiet und primordial hier. Ich fühle mich immer, wie die Forrest schwebt. Wie Arcadia Bay versucht mir zu erzählen, etwas zu erzählen. Ich muss nur die Botschaft herausfinden. Das war ein oldschool Punk-Shirt. Ich weiß nicht, was ich? Das ist nicht los. Das ist nicht los. Das steht da. Nein. Können wir in den Bus rein? Nein. Vielen Dank. Thanks for the tip. Das neue Motto... Motto, hier. Warte, das Motto halt nicht heißen, klar klar. I don't want to go that way. Oh, oh, Alter, war ich gar nicht so... I know there's a bonfire spot where people party around here. Okay, dann fragen wir mal... ...dem Reh. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir den jetzt einfach so straight hinterher rennen. Es sieht auf jeden Fall friedlich aus, aber es muss ja nichts heißen. Ich mach's mal. Oh, warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Wie haben wir denn übersprungen? O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. man sieht es aber nicht auf dem Foto, das war mir schon klar. Okay, wir haben diese ein bisschen was übersehen, so haben wir jetzt irgendwie Wo ist das denn jetzt hin? Muss ich da in der Erde oder wie? Ich bin dezent verwirrt. Müssen wir noch Flaschen finden oder ich? Ich hab jetzt einfach... Wir haben jetzt drei Flaschen, okay. Ich will nicht so gehen. So ein bisschen. Das ist sicher, dass es ein populares Party pit ist. So ein bisschen. So ein bisschen. So ein bisschen. So ein bisschen. Dafür ist es wohl zu... So. Ich hab... Warte mal, ist es heute? Ja. Das war mir halt klar, dass mir jetzt noch so schön einen reingedrückt wird. Es ist schwer zu glauben, dass es einmal auf der Straße war, mit hunderten Studenten gefüllt. Ich prepare the shooting range while you look for some bottles. Das Shed might have some old bottles in there. Hier muss du nur eine Flasche sein. Ich nehme mich über die ganze Folge damit, sich hier diese Flaschen rein und es wird wahrscheinlich schwierig sein. Wahnsinn. Das ist ein bisschen schmerz. Ich kann nicht sehen, Chloé mit Make-up zu spielen. Wollah, jetzt kann ich diese Bottle-Bootie an Captain Chloe geben. Also, Rachel ging zu einer Vortex Club Party. Diese Flaschen wurde sofort bevor sie verabschiedet. Ich will sterben. Geh. Wer hat das geschrieben? Ich will die Bottle-Booten nicht mehr aufnehmen. Ich will das nicht mehr aufnehmen. Und dann geht es wieder aufnehmen. Rachel-Songs. Ich weiß nicht, ob Chloe wird mir eine Mixtape machen. Sie waren wirklich besties. Das hätte ich nicht mehr von Rachel. Man könnte mich nicht mehr aufnehmen. ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht Thanks Max Warte, noch ein weiteres für die Straße. Du bist so ernsthaft? Wir werden alle diese Bauten schreiten, ohne ein einzigen Bullen zu schreiten. Max, du musst mir helfen. Show mir die Weg, Max. Ich muss dich schreiten erst. Ah. Ah. Jetzt, Max, wo bin ich? Ich bin ein bisschen höher. Genau zwischen den Augen. Beide auf, Nathan. Das ist Spaß. Wir holen den Volumen und finden mir einen anderen Target. Ich will hier kreativ sein. Gib mir etwas, Max. Ich bin sicher, dass du die alten Computer-Monitoren wegst. Lass sie mit einem Böckchen wiederholen. Oldschool. Gib mir etwas zu fangen, Max. Lass uns diese Räume auf der Seite rausnehmen. Lass die Räume rausnehmen? Hella, ja! Schön, Tex. Das ist das, was ich zu sagen. Satisfierbar? Keine Ahnung. Also, ich möchte noch ein uber cool Trickshot. Wie geht es um diesen Junker für ein Target? Mann, ich brauche ein Target bevor ich Schuss. Put eine reale Schuss in die Front... Nein, 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 nein. Sorry. Okay. Let's see what happens when you shoot the gas tanks. Step back, gas tank go boom! Oh, yeah. Boom! Car definitely down, but no bottle casualties. Sorry. Car definitely down. No, no, no. Dude, I need... Put a real dent in that front bumper. Goodbye, cruel bumper. Jesus, I shot myself! I shot myself! Back up! Back up! Stupid gun! Hold on, Chloe. Dude, I need a target before I shoot. Well... How about aiming for the left tire? Adios, spinning wheel of death. No! 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 Oh je, ich habe so eine Theorie, kann ich ja gleich mal dann sagen. Du hast mich da rausgekriegt. Du fühlst mich jetzt noch besser? Ein bisschen. So, thanks for helping me. Just give me a minute. Too much action for Arcadia? Maybe not enough. This is kind of fun. Scary and stupid, but fun. Let me know when you feel okay. God, this power really messes with my head. God, I feel normal again. I better go chat up Chloe. Okay, looks like you're ready to lock and load. I don't know about this. Are you afraid of getting in trouble? Oh, boohoo, Max is afraid. I know you can handle this. And I'm here to guide you. Make me proud, sister. Oh yeah. Hey, it's Thelma and Louise. Or is it Bonnie and Clyde? Excuse us, Frank. Oh, sorry, Chloe. Don't let me get in the way of your bonding. I heard the gunshots and the breaking glass. It's cute that you're playing with guns. Just like me at your age. We're not anything alike, man. We both need money. In fact, you need it so bad, you owe me a shitload, don't you, Chloe? Huh? You'll get your money. Don't they all say that? You know, even when they're broke and acting tough? What are you hiding there, girlie? Let me see. Where did you get that bracelet? A friend. And it's none of your goddamn business. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. No, it wasn't. You stole that shit. Give it to me right now, asshole. You better step back before you regret it, girl. I mean it. You want me to cut you, bitch? Please. Please, step back. You're kidding. Put that down. Ich weiß nicht, wenn ich den jetzt... Ich kann den doch jetzt nicht einfach wegballern. Weißt du? Ich würde ihn schon gerne wegballern, weil der macht mit dezenten Angst. Aber ich... Ich denke an immer so, die schlechten Entscheidungen. Bring auch schlechte, sowohl das Brötchen. Das ist lustig. Das ist lustig. Oh, Mann. Ich werde dich erinnern, Junge. Ich werde dich erinnern, dass du mich fast schlägst. Und du wirst, dass ich keine Erinnerung hatte, weil ich nie vergessen werde. Ich werde dich erinnern, wenn du dich nicht mehr zurückkommst. Das ist er jetzt noch gefördert, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss jetzt mit Chloe folgen. Chloe ist warten, um zu gehen. Wir beide brauchen ein Zeitpunkt von hier. Ich kann noch nicht glauben, dass du eine Schreie auf Frank nahm. Das war total. Es war total. Ich bin froh, dass es keine Schreie in den Kasten gibt. You can just rewind time in your hand and stick that barrel right up Frank's ass! You have the power! You're gross. Don't fall. I'm just glad you were here. Me too. I think. Chloe, why the hell are you hanging around scary losers like Frank? It's weird. Let's take a break and I'll talk. Es fühlt sich wie eine andere Welt, oder? Ich wünsche wir uns immer noch bleiben. Können wir einen anderen Pirate Forte und die Welt ausziehen? Wir brauchen ein neues Geheimnis. At least Frank wouldn't finden uns. Are you okay, Max? Seriously, Chloe, das ist schrecklich. What if Frank tries to track us down? I'm sorry, but Frank isn't as hardcore as he fronts. All he cares about is his cash, stash, and mangy dog. Chloe, did you see what just happened? I almost shot him. I know I could rewind, but Chloe, this is not playtime. No more guns. Max, I know. Crazy shit is the new normal for me. That's why I plan to leave Arcadia Bay without paying Frank off. Now, tell me exactly what's going on between you and Frank. Does he have a last name? Frank Bowers. Obviously don't get my pot from you, remember? Anyway, Frank and I kind of hung out. Is this your bad boy phase? No, it's my trying to scrounge some quick cash so Rachel and I could get the hell out of here phase. Frank had quick cash, that's all. That's it? No, I want to know how Frank got Rachel's bracelet. What do you think? I think we have to be careful and keep an eye on this guy. Without him eyeballing us, okay? It's so weird talking to you about this insane crap. We haven't hung out this much since we were tweens, and it's like no time has passed. I wish Rachel was here to meet you. Why? I bet she would hate me. You're not that different. She had, has a great eye for images and for art. Plus, she's a smartass like you. We would all be hella best friends forever. I know she must be as cool as you are. I have no doubt we'll meet soon. Railroad tracks always make me feel better. I have no idea why. Kerouac knew. It's the romance of travel and movement. The sound of the train whistle at night. Look at the beat poet here. I'd rather be a good photographer. You are. You just have to stop being afraid. Perfect. Max! Max! Help! I'm stuck! Hold on, Chloe. What's that noise? The train. Oh, shit! Oh, shit! Ähm... Komm, dad. Der darfst du machen. Okay, wir haben keine Zeit. Ähm... Ähm... Hm... Muss ich mich einfallen lassen? Halt! Ich lass mir gleich was einfallen. Und zwar in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss und danke fürs Zuschauen. Puh... Das feelings... Ich kann sich也是 los waha... ... Oh, shit! Puh! Ich kann sich das... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020